Das Abfallverzeichnis ist sowas wie der Duden der Abfallwirtschaft. Da wird für jeden einzelnen Abfall ein Name vergeben und ein Code, eine Schlüsselnummer. Und dieses Verzeichnis, dieses Wörterbuch, ist jetzt neu geschrieben worden mit massiven Implikationen für Abfallsammler und Behandler. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Und dieses neue Abfallverzeichnis ist jetzt erlassen worden in der Abfallverzeichnisverordnung und ist dort einmal konsolidiert erlassen worden. Das ist einmal die gute Botschaft. Das heißt, in einem Regelwerk findet man den gesamten Katalog an Abfällen. Aber es ist eben, wie ich eingangs schon gesagt habe, massiv geändert worden. Es gibt neue Abfallarten, neue Abfallbezeichnungen, neue Schlüsselnummern. Und vor allem manche Abfälle, die bisher als nicht gefährlich gegolten haben, gelten jetzt als gefährlicher Abfall. Warum ist das relevant für die Praxis? Weil in der Abfallwirtschaft alle Bescheide für Sammler und Behandler und auch alle Anlagengenehmigungen auf dieses Verzeichnis Bezug nehmen. Das heißt, da wird eine Bewilligung zum Sammeln oder Behandeln für bestimmte Abfallarten und Schlüsselnummern erteilt. Und wenn jetzt sozusagen sich diese Nomenklatur ändert, dann müssen wir auch alle Bescheide abändern. Das Ministerium glaubt, es sind ungefähr 2500 Bescheide. Praktiker glauben, es sind noch mehr Bescheide. Das Ministerium glaubt, dass man das relativ schnell anpassen kann. Ich glaube, dass das für die Behörden, vor allem aber auch für die betroffenen Betriebe eine sehr, sehr große Arbeit wird. Warum? Da geht es um den Kern der Genehmigung. Was ist bewilligt und was ist nicht genehmigt? Und wenn genau dieser Kern der Bewilligung jetzt neu zu definieren ist, dann wird das ein gewisser Diskussionsaufwand und ein gewisser Rechercheaufwand sein. In der Abfallverzeichnisverordnung fehlt mir eine Bestimmung. Und diese Bestimmung würden wir in der Praxis unbedingt brauchen, nämlich die Bestimmung, die sagt, selbst wenn sich jetzt die Bezeichnungen der Abfallarten ändern, bleibt der Genehmigungsumfang voll aufrecht. Der wird nicht geschmälert. Das ist an und für sich, wäre das ja eine Selbstverständlichkeit. Und ich gehe auch davon aus, dass das grundsätzlich so ist. Aber gerade dort, wo nicht gefährliche Abfälle zu gefährlichen Abfällen werden, gibt es natürlich Fragezeichen. Weil Abfallbehandlungsanlagen können dadurch zu einer sogenannten IPPC-Anlage werden mit mehr Pflichten. Abfallbehandlungsanlagen können dadurch auch grundsätzlich zu einer UVP-Anlage werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, rutsche ich dann in eine UVP-Pflicht oder nicht? Und dazu brauchen wir dringend eine Klarstellung des Gesetzgebers.